hey leute hallo und herzlich willkommen zurück zu outlast 2 ja der lecker oder was das ding war das knuddeltierchen er hat uns erwischt und wir müssen uns irgendwie durch die scheisse kämpfen ja mal schauen ob ich es diesmal schaffe keine ahnung wohin wir müssen scheinbar scheinbar scheint es so wo kam das ding jetzt ja ich gehe mal intuitiv da dran daran daran da kommt es sie geht in den schrank kommt versteck dich los jetzt habe ich es gesehen und jetzt sind wir anscheinend wieder jetzt sind wir anscheinend wieder da ad inferi per aspera spreche espanol oder sowas ne da ist noch was ein briefchen leiert nichts ist elender als ich selbst das selbst zu bemitleiden und ich vertraue dir dich in dich einer derartigen weibersünde nicht schuldig zu machen wenn die jünger die ich dir anvertraute hunger schmerz und angst erfahren so ist dies eine notwendigkeit ihrer fleischlichen sünde und der wille des herrn ich komme mir so dreckig vor wenn ich das vorlese ich schicke euch speis und wein wie der herr es will und nicht mehr als das in visionen sah ich die plage wachsen und unser leiden bekam so groß und unser leiden bekam so groß okay dass keine unter uns es mehr leiden konnte freue dich also finde trost darin dass wir am höhepunkt unseres leidens sind und bald in das ewige paradies hin werden kannst du dein volk nicht mit einer zunge führen so nutze die fäuste deines trägers schön papa lieb dich gott wird dich erlösen knot ps an bei ein beutel gesalzener grillen die nix so geliebt wie kann er nur lasse sie ihm bitte zukommen und sage ihm dass er ein geschenk von mir sind genau gott carpe asium abissum atrum ach atrio atrio erkennt die unendliche geschichte noch hallo tschüss und zu und weg bist du jetzt noch irgendwie auf die knie und die batterie aufsammeln und da drüben haben wir auch noch eine holla die walte holla die walte hoch zwei alter wie viele pfeile hast du komm gib auf sonst noch was nein alter die werden dich holen schön sehr schön ich sollte eben was verfolgen und noch mehr batterien verschwinden genau vielleicht doch alter da. Hör auf. Ich will wieder in der Schule. Ne, will ich nicht. Ich habe das Gefühl, da kommen wir schnell genug wieder lang. Lang. Da kannst du dich auf den Stein legen, ne? Ich höre nichts mehr. Oh Gott. Zum Glück tut mir das ja nicht weh. Das hingegen schon. Kannst du vergessen. Alter. Komm, tu dir selbst weh. Mach dir selbst einen Gefallen und tu dir weh. Die Tür ist verschlossen. Alles klar. Schön. Hier kommen wir neu rein. Und finden noch eine Batterie. Auch schön. Und dann hauen wir wieder ab. Hier können wir nicht durch. Nein. Komm. Hallo. Halt dich doch nicht daran fest. Okay, okay. Ich laden jetzt kurzen Batterien nach. Sieht aus, als wäre es ihr. Ja, Ruhe. Ruhe. Ja, Ruhe. Ruhe. Ja, Ruhe. Ruhe. Du auch. Ruhe auch. Wow. Aua. Fuck. Nein. Das tut weh. Alter. Ich drücke jetzt sicher nicht heilen hier. Leck mich. Entweder ich sterbe oder ich überlebe. Aber sicher heile ich mich nicht. Wie wär's, wenn du mal ein bisschen Gas gibst mit Laufen, ne? Komm, lauf schneller. Lauf. Äh. Da kommt mir Kona wieder in den Blick. Ich hab das Gefühl, noch so ein... noch so ein Drahtseil schaffen wir nicht. So wie wir... zu leiden und pörig sind. Aha. Das war ein Pfeil. Das war ein Pfeil, okay. Schade. Schade, es hat uns. Wie weit sind voll diese Drahtseile gespannt? Ja, verlassen, komm. Verlass, verlass die Tür. So, jetzt sind wir wieder da. Alles klar. Kurzes Blattlesen. So, Schnellleser hier. Dann, wieder so ein Feuil. Oha. Haha, nicht getroffen. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Nein, Mann. Hallo? Aua, nein, Mann. Hallo? Ah, nein, Mann. Jetzt hab ich gesehen, wo's lang geht. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich will nicht mehr. Egal. Wir müssten was tun. Wir werden das schaffen. Äh. Äh. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Hahahaha. Spaß, Ruhe. Leck mich. So. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Alter, das wird eine schnelle Runde. Warum rutscht der Typ nicht? Wo geht's jetzt lang? Ich weiß es nicht mehr. Da? Nö. Wir heilen uns lieber schnell. Ganz schnell. Hey, heil dich mal. So ist's gut. Heil dich. So magst du mehr ausstehen. Ja. Ha. Da neben. Deiner Kopf. Hey, würdest du bitte... Der läuft ja nicht. Wo ist der Pfeil wohl eingeschlagen? Haha. Ich hab's geschafft. Ich hab das Gefühl, das wird noch ein Weilchen dauern bei mir. Na? Ja. Pferdegesichter. Hahaha. Jetzt hab ich euch aber gegeben, ne? Gleich stürz ich ab. Ich seh's kommen. Ich seh's kommen. Okay. Aua. Nein, Mann. Leck mich. Oh, komm. Komm. Ah. Arschloch. Das leuchtet so... Aua. Oh, jetzt bin ich erschreckt. Alter. Okay. Hier kommt er auch noch hin. Heilen. Komm. Möchtest du dich nicht heilen? Nö. Möchte er nicht. Dann lass es sein. Nein. Alter. Nein. Alter. Ja, ja, ja. Maus bewegen. Maus bewegen. Maus bewegen. Komm, leck mich. Alter. Jetzt will er sich heilen. Ja, genau. Rettlich. Aua. Alter. 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 Was sind das für kranke sadistische Schweine? Nein. Wir haben dich. Es geht ihm aber gut. Er lebt und sie bringen ihn gleich. Yes. Genau. Ich glaube, ich stehe schneller auf, als du hier bist. Ich habe so das Gefühl. Dank mir nichts. Oh, du bist da. Oh, du bist da. Oh, du bist da. Nein, nein. Das ist ein bisschen gequem. Ja. Hallo? Kamera? Kamera? Ja, das bringt nichts. Alter. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Da kommt höchstens Erde rein. Sieht doch mal, wie dunkel das ist, Alter. Okay, ich mach's. Es knarzt schon. Hallo? Ich dachte schon, was soll das? Ich bin auferstanden. Ich hab's nicht gefüllt. Selbst schuld, ihr kleine Würstchen. Schön, Batterie hab ich schon. Okay, die haben uns in den Sarg gesteckt. Ich hör was. Ich hab was gehört. Ich lauf eigentlich nur rum. Ganz schnell. Ich bin hier ganz schnell weg hier. Innenausweg. Ich hasse Wald. Waldgebiet und Feuchtgebiet. So ab und auf Feuchtgebiet. Ja. Ich seh dich. Ich ha 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 ha. Alter. Alter, ich weiss was lang. Alter. 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 Das darf doch nicht wahr sein. Gibt's was Interessantes hier? Nö. Hier? Nö. Da gibt's was. Uh, Batterien. Füll grad die Batterien meines Lebens hier auf. Jackpots. Nächsten verfolgt uns jetzt nichts mehr. Okay. Freut euch, euer Beuligen, deren Haut schfüllt uns Schmerz, deren Glieder knacken und klagen eure Täufer. Kommt zu euch auf einem Esel in Form eines Mannes. Dieser Täufer erscheint wie ein Kind in jeder Hinsicht bis auf sein Glied. Und ist deshalb der Liebling des Propheten Solomon Nott. Und Nott sprach zu Leary, Leiert, was wünschst du in deinem Elend? Und Leiert sprach, ich wünsche zu sehen, was der neue Erzählkind sah. Und Knut sprach sein, dein Geist ist zu eng für die Breite der Nachricht des Herrn und würde beim Eindringen zerreifen. Nö. Da will ich nicht mehr lesen. Will ich einfach nicht. Hier geht es jetzt. Ihr könnt ja auf Stoff drücken. Ich werde es mir dann... Ich sehe wieder was. Ich sehe wieder was. Nehmen Bandage. Komm ich da? Auch wieder? Komm ich da? Nö. Komm ich nicht. Okay. Ich muss rückwärts rauskriegen. Und wenn ich dann aufstehe, zerreißt mich was. Nö. Doch nicht. Glück gehabt. Hoch mit dir. Okay. Okay. Schön. Schön oder ehrlich. Eine Angst in deinem Spiel ist bitter. Bitter böse. Ich hoffe, ihr feiert's. Okay. Kaktusböse. Das haben wir bisher schon gemerkt. Und möglicherweise haben wir jetzt auch ein bisschen Ruhe. Um uns zu... Oh, aua. Da waren... Da war kein Kaktus vorhin. Ich hab keinen gesehen. Ich hab keinen wahrgenommen. Da ist auch einer. Mein Fehler. Entschuldigung, Mr. Kaktus. Schon wieder so eine... ...Redutsch-Partie hier. Aua. Mein. Das muss ja sein. Da? Da ist die Mine. Sieht eher aus wie ein Schulgebäude. So schön rot. Mit... ...Mit Skilift noch. Cool. Hui. Können wir da eine Wasserlandung platzieren? Oder... Nee, wir versuchen es lieber mal durch das Fenster hier. Hopp. Und... Oh. Hoppla. Das könnten wir hingegen schaffen. Ich glaub, wir brauchen... Shit. Genau. Ich glaub... Ich glaub, wir brauchen einen Saal. A rope. I just need a rope. Ich brauch nur einen Saal. Wie hieß der nochmal? Der Typ da, wo wir spielen? Langer Mann? Blake? Blake. Langer Mann. Genau. Ich hab's jetzt zwei, drei Tage nicht mehr gespielt. Sorry. Ich musste mich ein bisschen erholen von den Nerven. Ja. Dafür mach ich jetzt wieder eine schöne Session. Tut mir leid. Ich hab das Seil vom Flaschenzug geburgt, um damit in den Himmel zu klettern. Haha. Wenn der Fettsack-Ezekiel euch kein neues Seil gibt, was er sowieso nicht macht, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Du Glückspilz, ich hoffe es für dich. Okay, da können wir raus. Die Tür ist abgeschlossen. Hab ich schon befürchtet. Alles klar. Der Seil ist bereit. Du mich auch. Leck mich. Aber grob. Der Messias ist da. Hallo. Welt. Ich hoffe, ihr seid freundlich gesimmt auf dem Messias. Hahaha. Ich glaube es nicht. Okay, das Seil müsste etwa in diese Richtung. Hahaha. Lück mich. Ich springe. Ich springe einfach runter. Ich laufe jetzt einfach in diese Richtung, in die ich glaube, dass ich rennen muss und dann renne ich einfach. Leck mich. Ich renne nicht. Bleib nicht stehen. Hau ab. Du kannst doch einen abhauen. Alter. Leck mich doch weg. Nein. Bin ich da? Ich glaube nicht. Ich sehe so. Ah, jetzt sehe ich was. Moment. Ich schnelle die Kamera. Dann zoomen. Zoom. Aha. Moment. Ich habe was gesehen. Wahrscheinlich nur mein Schatten. So, jetzt aber. Hier ho. Alter Kaun. Hier ho. Be careful little eyes. What do you see? Be careful little eyes. What do you see? Was the father of the bus? He's looking down in the bus. Oh, be careful little eyes. What do you see? Oh, be careful little hands. What do you do? Oh, be careful little hands. What do you do? There's a father of the bus. He's looking down in the bus. Be careful little hands. What do you do? Oh, be careful little mouth. What do you see? Oh, be careful little mouth. Was hast du gesagt, dass der Vater, der Mann ist, dass er in Liebe ist? Also be careful, little mother, hast du gesagt? Hey, der Outsider! Outsider!